Was ja interessant ist, dass bei so einem Wetter andere Hunde nicht raus müssen. Schönen guten Morgen aus dem Wald, wobei schön heute sehr relativ ist. Ich bin das erste Mal mit Schirm unterwegs, aber in erster Linie, damit hier der Puschel vom Mikro nicht nass regnet. Ganz kurz was Organisatorisches zu gestern. Erstmal vielen Dank, dass so viele mitgemacht haben. Ja und sorry, dass das mit den Hashtags in den Storys leider nicht klappt, wie geplant. Ich habe heute Morgen nochmal die Bestätigung bekommen, dass es die Funktion tatsächlich mal gab. Also war jetzt nicht so ganz dumm gedacht von mir, aber seit November, Dezember werden Hashtags nicht mehr über die Suche gefunden. Und dementsprechend funktioniert das leider nicht. Mein Vorschlag wäre jetzt, und dann haben wir auch so einen kleinen Vernetzungsgedanken da noch mit drin, ist also vielleicht sogar eine ganz schöne Sache, dass heute alle, die bei der Challenge mitmachen, einfach ein Bild in ihren Feed posten, wo sie den Hashtag verwenden. Weil die Hashtagsuche in den Feed-Posts funktioniert natürlich ganz normal. Und dann heute Abend über die Suche einmal schauen, wer alles da diesen Hashtag verwendet hat und dann den entsprechenden Accounts einmal folgen. Und dann bekommt man ja automatisch auch die Storys von den jeweiligen Accounts angezeigt. Und ja, ist vielleicht auch eine ganz schöne Idee, um mal ein paar neue Accounts dann auch zu entdecken und zumindest sonst die Posts von der Challenge zu sehen. So, und dann kommen wir zur Aufgabe von heute und die lautet Action. Wie gesagt, ihr könnt das wieder frei interpretieren, wie ihr möchtet. Gestern gab es auch schon ein paar ganz kreative Lösungen. Wer aber klassische Action-Fotos machen möchte, für den habe ich natürlich auch wieder ein paar Tipps dabei. Und heute geht es da auch um eine Funktion, die viele Leute wahrscheinlich nicht kennen. Und zwar ist das die Serienbildaufnahme vom iPhone. Ich denke, dass es auf Android ähnlich funktioniert. Müsst ihr mal entsprechend ausprobieren. Und dann gebt mir auch gerne Feedback dazu, ob das klappt oder nicht. Was ihr beim iPhone machen könnt, ist, wenn ihr ein Foto macht, dann klickt ihr halt einmal auf den Auslöser und macht genau ein Foto. Wenn ihr aber diesen Auslöser drückt und dabei nach links zieht, zu diesem kleinen Vorschaubild, was da erscheint, dann macht das iPhone so lange Fotos, bis ihr den Finger wieder loslasst. Ich glaube, das sind 10 Bilder pro Sekunde. Und dementsprechend habt ihr dann auf jeden Fall mehrere Schnappschüsse von derselben Situation sozusagen, wo dann eins auf jeden Fall dabei ist, was entsprechend passen sollte. So, hierhin. Das Ganze hat natürlich auch Grenzen, gerade was die Belichtungszeit angeht. Die kann man da nicht so einstellen, zumindest nicht mit der Standardkamera. Und auch der Autofokus ist natürlich jetzt nicht so gut wie bei einer Spiegelreflexkamera. Also, wenn man so diese klassischen Rennfotos machen will von Hunden, dann sollte man zumindest sehr, sehr viel Licht haben. Also, jetzt zum Beispiel hier im regnerischen Wald, da wird das mit Sicherheit nichts. Und es wäre auf jeden Fall auch einfacher, wenn der Hund nicht auf einen zurennt oder von einem weg, also nicht die Distanz ändert, sondern zum Beispiel von links nach rechts durchs Bild rennt. Wo diese Funktion aber super benutzt werden kann, ist, wenn man ganz bestimmte Detailaufnahmen haben möchte. Zum Beispiel, wenn der Hund trinkt und man möchte genau den Moment haben, wo die Zunge ins Wasser tippt oder wenn er jetzt irgendwie an einem Wasserhahn schlägt. Also, man möchte halt genau diesen Moment haben. Dann macht man einfach so eine Serienbildaufnahme. Und die Wahrscheinlichkeit, dass von zehn Bildern pro Sekunde dann ein Treffer dabei ist, die ist natürlich wesentlich höher, als wenn man nur ein Bild macht und dann tausend Versuche braucht, um genau diesen richtigen Moment einzufangen. Gleiches gilt natürlich auch generell für Fotos, wenn man vermeiden möchte, dass die Augen irgendwie zu sind oder er zur Seite guckt oder sonst irgendwie solche Geschichten. Und all das kann man mit so einer Serienaufnahme vermeiden, sag ich jetzt mal. Was ihr euch dann aber auf jeden Fall angewöhnen solltet, ist, diese Serienbildaufnahme sofort oder ziemlich zeitnah nach der Aufnahme dann auch zu sichten und wirklich nur die guten Bilder dann zu behalten. Und nicht die komplette Serie, weil dann kommen da sehr schnell sehr viele Bilder zusammen, die euch den Speicher voll müllen. Und ja, das will ja letztendlich dann auch keiner. Also schaut auf jeden Fall dann über Auswählen kurz da rein, markiert eure Favoriten und löscht den Rest, damit euch der Speicher nicht vollläuft mit irgendwie unnötigen Outtakes, die ihr nie brauchen werdet. So, das soll es dann für heute auch schon wieder mit Tipp und Aufgabe gewesen sein. Ich hoffe, trotz Regen und Schirm konntet ihr hier einiges mitnehmen. Ich bin auf eure Bilder gespannt und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag und bis später.